Willkommen zurück, Lightning Returns von Fantasy 13. Lalalala. Alles klar, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss rennen! Ja, rennen muss ich. Und zwar hier hoch. Und hier geht's dann, glaube ich, auch direkt weiter. Bleibt mir fern. So. Ich glaube, wir sind jetzt... ...endlich drin. Jawohl. Ich glaube, wir sind jetzt... Ich hoffe, dass du mit den Deliverrissen schlappst, aber... Aber was? Veränderst du planst? Natürlich, ich denke, du kannst das sagen. Für einen Grunde, die Service Entrance wurde plötzlich geöffnet, zu locken. Der Weg ist jetzt nahe zu uns. Es ist nicht sicher, warum sie plötzlich geöffnet Shop, aber es war genau das gleiche Zeit, dass meine Chaos Centers in Höhe war. Das Art von Reaktion? Es kann nur zwei Dinge bedeuten. Wenn wir Glück haben, ist es nur eine neue Chaos Infusion. Wenn wir nicht, dann ist es ein Seath. Wenn Snow endlich verloren hat und sich ein Seath ist, dann wird er fast nicht verstopfbar. Light, zurück nach dem Moment. Wir müssen noch mehr herausfinden. Ich bin noch nicht fertig. Hope, beginne zu denken, ein neues Plan. Eine Art oder andere, ich bin in dieser Palace. Aber Light... Seath oder nicht, nichts verändert. Ich werde ihn schützen. Well, nachdem ich ein paar Ziele in diesen schützendstensten Händen, das ist. Okay, Lightning. Wir müssen uns nicht auf die Service Entrance geben. Da ist ein anderes Plan, das ich habe gedacht. Es ist ziemlich destruktiv, und definitiv gefährlich. Das ist nicht wichtig. Was ist es? Wie Sie sehen, das Palast ist verletzt mit einer schraubenden Wolle. Alle, in und aus, haben sich geblieben. Und es gibt keine Tunnelung im Hintergrund. Es sieht quiet, aber glaub ich, diese Wolle ist zu gut gegründet, um zu versuchen, zu schrauben. Ja, um, können wir zu dem Punkt kommen, Hope? Es gibt keine Weg, also du musst einen machen. Ein Show ist hier in der Angers. Ein Show mit einem fantastischen Finale. Im Climax des Showen, ein Stadion und ein Akteur auf der Seite ist, um einen kleinen Rocket Pound. Und Sie wollen mich auf den Set und in den Palast? Ich liebe es dir, aber das ist ein ziemlich großartiger Weg. Nicht, wenn Sie sich auf den Set und sich eine Brücke befinden. Dann können Sie einfach überraschieren. Es wäre einfach. Ich bin nicht sicher, dass es easy bedeutet, was Sie denken, es macht es. Es wird ein Schmuck, wenn Sie auf den Theater auf den Finale verlassen. Wenn Sie die Zahl der Schmuck, ... ...wähl, Sie können es dann reduzieren, um es zu schrauben. Es gab die Wahrheit, was Sie sagen, es sei er, nicht wahr? Und du hast keine Auswahl. Ich glaube, ich muss einfach weitergehen. Keep deinen Augen in front, richtig? Das ist der Geist. Hope, das bedeutet, dass du dich aufhörst? Du hast meine Brüche. Natürlich, ich werde. Das ist das, was ich hier für. Ziemlich affig. Immerhin ist er da ja schon mal reingegangen. Naja. Kann man nichts machen. Außer gucken, wie wir hier vorankommen. Mehr Feuerwerk heißt das. Mhm. Bin ich mal gespannt. Wieso reden wir doch erst mal mit dem Typen da vorne? Gar kein Problem. Da komme ich ins Spiel. Du bist hier. Du musst bein' schärdschirken. Und du bist du? Just jemand, der will heute Abend übernehmen in der Geschichte. Däbbeling oder trippling die Feuerwerk soll das. Däbbeln. Enough, um den Patron aus dem Haus. Du hast du von einem больlichen Krankenhäften gesprungen? Ich bin nur ein altes Freund von den Patronen. Er hat niemals sehen. Er hat sich nicht so an, also ich mich für dich. So I thought I'd send him a good show instead Three times the fireworks? That would cause one hell of stir Yeah This city could use a good stirring If not at the end of the world Then when? Not much point playing by the rules now I like your style, lady And you're not wrong by any means Half of Yusnan's already sunk under that wretched cloud we call chaos Let me get the fireworks I'll make sure we have more than enough But it's gotta be today Hell, let's do it But this conversation never happened Capisce If you need help with the fireworks The stagehands can help you out I'll make a couple of revisions to the script This will be a show they'll never forget Yeah So Wollen wir mal schauen Mal gucken Ich wollte doch gerade mit dir reden Manu Ach Da ist ja was Yep Hey, what's up Change of plans We're upping the amount of fireworks in the finale At least double Maybe triple the number And why is this the first time hearing of it? Let me guess It's that blasted director's idea, isn't it? Folks can call him a genius all they want That doesn't mean I'm a miracle worker But I suppose complaining to you won't help the situation You're one of his assistants, right? And you know what I'm talking about You're probably feeling the blunt of his capricious behavior as much as I am Then help me Can you add more fireworks to the show? I want to say no But even if it is impossible I'll still have to do it That's my job after all Alright, I'll do it But I warn you It'll be anything but half ass But you're gonna have to help me out I'm out of gunpowder So I can't make any more fireworks here There are pirate technicians all over town Who launch fireworks to mark the hour You know that, right? Here I'll write you a note Show this to any pirate technicians you meet I'll give you what they can spare But you're gonna have to move fast to get them home Das ist doch mal super By the way, my pirate technician buddies aren't the only source of fireworks Buy some, haggle for some Do whatever you need to do If it gets us the firepower we need We just have to be sure that we have enough Everything else will work itself out Super So, der leitende Bürotechniker hat vier Zündstellen für Feuerwerk notiert Kaktorstatue, Hauptstraße, Schlachthaus und Bahnhof Ok Okay Jetzt sammeln wir sie vor 0 Uhr Boah Zehn Stück Krass Böses Ding Na, das wird ja eine Hausnummer Und dann wollen wir mal Ich laufe jetzt hier einfach diesen Weg entlang Und schaue, dass ich so schnell wie geht Die nötigen Pyrootechniker erwische Jaja, geh mir nicht auf den Puffer Ähm Hoffen Kaktorstatue Die müsste doch hier eigentlich irgendwo in der Ecke liegen Ja, die steht da immer noch Die ignorieren mich hier die Gegner Meinetwegen, da ist auch die Kaktorstatue Oh, da haben wir doch schon mal einen Jetzt zeichnen wir mal Okay Super, das sind zumindest schon mal drei Das sagt ja schon mal einiges Oh, das ist Ja, das ist alles gut. Du musst auch mehr Feuerwerke von den anderen bekommen, oder? Wenn das der Plan ist, dann wäre es besser auf deinem Weg. Wenn das Zeitpunkt kommt, werden die Feuerwerke in den Skye veröffentlicht. Jedes Ort setzt ihre Feuerwerke an einem anderen Zeitpunkt. Also, du müsstest vorsichtig über die Ordnung, die du jeden zu besuchen möchtest. Super. Zumindest haben wir schon mal drei. Entschuldigung. Ach, super. Die werden ja sogar noch in den Karten angezeigt. Das macht die Sache natürlich für uns noch besser und einfacher. Supidupi. Dann wollen wir uns natürlich gleich mal hier nach oben bewegen. Zum Bankett of the Lord. Und schauen, was wir da noch machen können. Würde ich mal so sagen. So. Also, ab nach hier oben. Nehmen wir mal diese coole Actionmusik. Au. Der hat sogar eine Aufgabe. Na gut, kann ich nichts gegen tun. Dann mach ich das halt eben. Das muss ich, wenn ich muss. Nur warte hier. Huh? Du machst das wirklich? Na gut, wenn du bereit bist, für mich zu holen, dann musst du das bester. Du hast das? Bacchus's Brew. Habt ihr es noch gehört? Es ist ein Drink von Legendern. Sie sagen, dass du einen einfachen Whisky aus diesem Weltkrieg und die Sorge, wie es kommt. Okay. Ah, ganz toll. Wie krieg ich denn den Scheiß jetzt her? Ach, egal. Das beste Zeug gibt es ja natürlich eigentlich Frühstrung nicht immer beim besten Mann. Probieren wir es doch einfach mal hier. Bonkett of the Lord. Vielleicht ist er hier so nett und kann mir was davon in die Hand drücken. Ja, komm. Her damit. Hauptsache, ich habe meine Feuerwerke. Also, das ist Bacchus's Brew. Ich habe dir. Ich bin froh, dass du jemanden helfen hast. Ich bin sicher, dass der Recipient ein Gift von so schöner Frau zu bekommen wird. Ah, das ist aber lieb. Wenn er wüsste, dass sie von einem Kerl gespielt wird. Dann würde er das vielleicht nicht mehr so sehen. Ab zum betrunkenen Pyro-Techniker. Hier, nimm's verreckt dran und gib mir deine Seele. Das ist Bacchus's Brew, das reale Ding. Ich kann es haben. Wirklich? Natürlich, aber nur wenn du mir was ich will. Jetzt, wo sind die Feuerwerke? Halt auf, ich bekomme sie. Die Feuerwerke sind yours. Wie viele, wie du sie kannst. Ja, vier Feuerwerke. Und eine Seele. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Und ich bin froh, ich bin froh. Ich froh, ich bin froh. Ich froh, ich bin froh. Das war ein speziell Bacch? Ein Künstler, ist das richtig? Ja, für einen der Landkreis. Er war immer ein bisschen schrecklich. Ich habe nie die Haus. Aber er hat mir gesagt, er liebte die Feuerwerke, er kann von seiner Fenster sehen. Ich habe ihm eine Projekte. Ich sagte, ich würde extra spezielle Feuerwerke für seine Geburt. Was, funnily enough, ist heute. Oder es wäre, wenn er noch nicht ist. Du bist sicher, dass du alles gut mit gebenstern? Sie sind nicht so speziell? Die Kinder sind weg. Es ist besser, dass sie etwas aus dem, als dass sie ihn rutsch. In der Fall, du wißt du was? Ich habe nur einen, das wird genug. Ich werde diesen, für ihn. Vielleicht du siehst. Vielen Dank. Sie werden für etwas sehr wichtiges benutzt. Gut, sie sind dir. Im Moment, ich lasse Bacchus hier, mich anrufen. Wenn es wirklich, was sie sagen, in ein paar Minuten, ich will keine Angst haben. Ich habe es nicht gesehen. Herrlich. Mission abgeschlossen. Ja, das lohnt sich doch immer. Seele. Schlecht. Sieben haben wir schon. Von zehn. So, dann wollen wir hier aber erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns dann später wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Lightning Returns, Final Fantasy 13 oder so. Na gut, bis dann. Already. Steven. Wenn. Anthony. juntos. constrained.